herzlich willkommen zurück zur spark challenge folge 163 was mir noch eingefallen ist in der letzten folge ist ja nicht angesprochen aber in der vorletzten folge kippen auf meine rüstung sieht schlecht aus sieht ja nicht schlecht aus jetzt mal kicken das war hier noch ein bisschen weiter weil die goldscheiße kann es ja eigentlich vergessen hier oder hat man schon ein paar mal drüber nachgedacht hatte ich hier die eier hat mal ein bisschen eisen ich brauche noch ein helm und die brauchen muss panzer der ersten brustpanzer sind genau da muss ich kennen so einer zu wenig natürlich ich brauche unbedingt eisen ich muss echt noch mal auf farming tour so dass dahin dass dahin den kicken war mal dass wir jetzt hier auch demnächst irgendwann mal repariert kriegen so weit man die bühne ist die unten hier wie sieht es auch immer noch am rostel naja gut denn effizienz nehmen wir die noch mit die nehmen wir auch noch mit brauchen wir nicht haben wir nicht meinig ja muss ich jetzt leider noch ein bisschen eisen fahren gehen ich komme nicht drum rum aber irgendwann nehmen wir die rüstung aus ich will auch gar nicht so weit weg weiter ist der duster halt schon mal so nüster helligkeit hell alter schwede sich ja überhaupt nicht mehr wenn er ist drin jetzt kann man mal die falle noch mal probiert allerdings überhaupt nichts warum sehe ich denn hier nix so zack wenn man rausgespült mal gucken hier was hier los ist so der ist platt da ist eine blöde spinne dazwischen äh eine na komm doch näher komm doch hallo ach das war jetzt doof das weg darunter so wieder reparieren ja natürlich war jetzt genau so schlau ach das ist doch nicht zu fassen jetzt hier dann nehmen wir halt den notausgang mir auch recht mal das ist trefferquote gleich null so jetzt aber einmal rotig muss ich noch mal eine runde fahren das ist ja weise habe ich tatsächlich mehr dias oben in den kisten als eisen das heißt eigentlich könnte ich mir dann auch die die rüstung fertig machen so für zwischendurch so aber ich habe so oft wenn die dann verliere da bin ich traurig was soll der geist wir haben ja genug wenn ich ihn nicht einfach mal ein bisschen eisen finde oder irgendwas hier ein riesen vorkommen ganz ehrlich ich würde jetzt zu gerne mit den schädern spielen diamanten na wer sagt es denn ich habe das gestern mal so angetestet das ist so geil wenn man das vorher selber nicht hatte und man nur bei anderen immer sieht das ist so hammer hart richtig geil wie jetzt mehr waren es nicht bisschen wenig war echt jetzt ist ja blöd wie viele waren es denn sieben naja dank der glücksspitzhacke doch weiter mit eisen haben wir jetzt gerade mal so viel dass wir uns noch nicht mal zwei neue machen können jetzt so ein pulverizer wäre nicht schlecht alles verdoppelt etwa zehn etwa schon drei spitzhacken und eine schaufel ja da handeln die tech bots doch ein bisschen äh ja schlauch gerne doch jede menge vorteile aber das werde ich machen wenn ich meine oder wenn ich die folge hier äh die 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 na wenn ich die challenge hier rum habe dann werde ich mal klicken ob es denn noch sinn macht ähm attack of the b team zu spielen jetzt spielen ja nur schon sehr sehr viele und jetzt ähm wenn da noch einer kommt irgendwann das wird doch echt ein bisschen äh naja was ist denn heute los hier ein fail nach dem anderen ja jedenfalls wäre das ein bisschen zu hart wahrscheinlich wenn denn noch einer mit b team anfängt den spiel ist doch immer in meiner singleplayer welt weiter aber mal gucken vielleicht noch mal ähm feed the beast noch mal so ein launcher so gibt ja noch mal feed the beast light 2 gibt noch die tech world ähm broken thumbs spielt gerade mit skate und ähm ich glaube selbst war das ähm sky tech das ist auch ein technik mod also auch ärzte ohne ende auch viele eben neue ärzte beziehungsweise eben die nicht im normalen vanilla mit vorkommen aber das kennt man ja die maschinen braucht man ja tinnen und alle drum und dran na das ist ja ja nichts sagen wir jetzt hauen ja wirklich nur steine ab das ist aber nicht so aufregend ich habe mich übrigens gerade in der zweiten runde jetzt hier in der zweiten folge mit dem neuen teil hier aufnehmen entschieden dass ich den doch mal in full hd lasse und wird dann mal klicken wie die qualität näher ist wenn ich dann noch die bitrate ein bisschen runter schraube ob denn für mich immer noch hochladbar ist ich würde zu gerne nach full hd qualität durch die videos zur verfügung stellen aber naja aber mit diesem full hd display hier älter ist das soweit das ist so hammerhard das feier ich dermaßen das habe ich mir die fackel hier abgekloppt das ist ein fehl nach dem anderen den folgen namen drauf auslegen irgendwas mit dumm oder blöd so eisen na sehr schön wieder schön zu machen hier ach die minions werden jetzt nicht schlecht genau aber die gibt es ja auch wieder nur bei bt wie es minion mod nach man hat es nicht einfach aber es ist schon echt krass hier man entweder ist man hier sinnlos am am strip meinen oder aber man jagt hier vergebens irgendwelche mobs die nicht fallen lassen was zu fallen lassen sollen ich sag es ja immer wieder aufregend ist anders aber glück haben sind die hühner oben ausgewachsen und dann können wir da wenigstens noch ein paar level holen und dann werden wir uns nochmal mal richtig schön verzaubern hier wie viel erde hier kennt ihr eigentlich name mythos mal so am rande gefragt das ist ja auch ein minecraft spieler der unheimlich geile pisten häuser baut und der auch seit heute ist glaube ich die 53 folge rausgekommen wenn er wg spielt das ist auch das ist auch eine minecraft wie sagt man ist nochmal vanilla minecraft mit ein paar regeln und ein paar spielern zusammen auch eine ganz lustige sache kann ich übrigens nur empfehlen er hat eine ganz entspannte art zu spielen er hat da keinen stress der macht sich da nicht kaputt wenn sie daneben anfang zu nerven dann baut er da einfach weiter und lässt sich da überhaupt nicht von beirren finde ich persönlich total geil mit dem könnte ich mir auch noch vorstellen was zusammenzubauen so na gut jetzt haben wir ja eigentlich noch hätten wir jetzt nicht die glücksfütze hatte nehmen müssen aber die eisenhacke ist ja auch gleich vorbei ist gleich platt ist gleich kaputt und die folge ist gleich wiederum oh kaum drüber gesprochen da ist schon unterschied hier müssen wir gleich wieder drüben angekommen sein war oder naja haben wir wenigstens ein bisschen eisen nicht viel aber immerhin so dass das 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 da hin so jetzt müssen wir gleich wieder drüben angekommen sein dann rennen wir mal hoch und mal gucken was noch los ist was noch an zeit haben und dann werden wir in der nächsten folge wie aussieht die hühner einmal wieder plätten jetzt haben wir jetzt hier 7 u doch ein bisschen eisen geworden naja sagt es denn man muss ja auch mal glück haben aber ich glaube jetzt waren wir nicht weit genug im das heißt dass die hühner nicht weiter gewachsen sind ist jetzt so meine befürchtung mach proper so JAKE die hühner sollen spawnen hu-pf hu hu-pf np hu-pf hü-pf lt endlich und es ist nacht so ja 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 denn wenn wir mal gleich hier wieder wissen wird austauschen das heißt hier haben wir das dann können wir schon mal das eisen hier reinschmeißen denn immer das hier auch raus machen wir den da rein gehen da rein ich muss mal kicken dass ich hier im texture pack weiter dass ich die cobblestone und die clean stone nicht so ähnlich sehen hier manchmal zwei sauberes text dass da rein dass da rein so und da und da ist so sehr schön er war schon voll so erde und kies haben wir den hier ja die ja die ja 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 noch ein bisschen redstone auch mit rein machen sehr schön mob drop haben wir da hinten momentar wieder ein bisschen was sauberer sehr schön die braukiste rein 12 war mal da wunderbar dann kann der rest ein bisschen durchbrutzeln hält etwas blöd dann kann der rest schon ein bisschen durchbrutzeln alles voll kacki so natürlich bleibt einer übrig wie uncool da können wir nicht ändern müssen wir erstmal so machen müssen ein bisschen was bauen hier die eierbacken hier war zurecht ist unglaublich können wir die schon mal wieder einfach auffüllen hier für die nächste runde hier einmal komplett voll machen das ding genau stellen wir uns hier unten hin auch schon wieder eier rum ohne ende hier rauspacken versteht nicht und dann macht man in der nächsten folge gar kein problem so können wir ihn auch schon mal voll machen so futter haben wir noch ein paar fackeln sollte man nochmal mitnehmen nicht vergessen da hatten wir noch welche sehr schön feiler haben war spitzhacke machen bei uns genau spitzhacke machen bei uns und dann sehen wir uns in der nächsten folge freunde und Tschüss.